Du hast mich bemerkt? Wenn ich die ganze Zeit angestarrt werde, merke ich sowas. Wie, Bethany, hat uns die ganze Zeit beobachtet? Ach, Quatsch, hab ich nicht. Moment mal, du bist doch Frederica, nicht wahr? Hallöchen, lange nicht gesehen. Ja, aber was machst du denn hier? Oh, willst du auch hier baden? Das wäre gar keine schlechte Idee. Du spionierst uns aus. Du willst Informationen sammeln, im Hinblick auf den Wettstreit der Gilden, stimmt's? Dann hab ich einen kleinen Vorschlag für dich. Und der wäre? Was hältst du davon, wenn wir uns duellieren? Und warum sollte ich sowas deiner Meinung nach tun wollen? Weil die Siegerin die Informationen bekommt, die sie haben will. Ich hätte gern Infos über euch, die Vereinigung des Sakralschwerts oder über das Reich des Flammenkaisers. Da wir dich entdeckt haben, kannst du auch nicht einfach so wieder verschwinden. Und ich glaube, das ist immer noch besser, als allein gegen uns alle zu kämpfen, oder? Von mir aus einverstanden. Aber wenn ich dir Infos gebe, dann lediglich über das Reich des Flammenkaisers. Abgemacht? Okay. Gut, Duell ist registriert. Wir sind dann mal kurz weg. Die Verteidigung hat perfekt geklappt. Jetzt müssen wir nur noch auf unsere Angreifer warten. Wir sind dann mal kurz weg.